Ja, wenn du runterfällst, kommst du einmal irgendwann wieder oben an. Richtig. Haben wir ja schon im Moria kennengelernt. Einfach lange genug runterfallen, irgendwann kommst du wieder oben an. Hi, Dindle. Hi. Ich stand alle gemeinsam nicht, hau ab. Ja, das versuche ich auch die ganze Zeit. Aber irgendwie bleibe ich immer irgendwo hängen. Kommst du hier durch oder lässt du dich auch hängen? Zah, bleibe ich auch hängen. Komm. Okay, Emoji-Spam. Ach nö, ich gehe wieder. Wieso? Weil wir die Schweinepriesterin haben. Ach, die Dame. Natürlich. Ah, hallo. Hallo. Oh, oh. Oh mein Gott. Au, Mann. Guck, dein Opfer war nicht vergibs. Ha. Schön. Willst du dich ran? Sie lässt mich wieder fallen, hat mir jetzt den Helm aufgesetzt und er piept. Wahrscheinlich explodiert er gleich. Nee, das dauert eine Weile. Aber... Ah, ich seh dich. Ich seh sie. So, da müsst ihr jetzt die... raussuchen. Ja. Das ist ja eine von diesen Spielerinnen. Der erste war schon mal nix. Na, tschau. Du schaffst das. Hier fehlt erst jemand vom Letztes. Ja, das ist... Ah, ja gut. Ja. Achtung. Ja, das war... Das tut mir in den Countdown auffallig. Aber diesmal hängt er nicht. Verdammt, das kann ich nicht. Von der Seite die Palette unterstoßen. Viel Spaß, dass wir noch von vorne beginnen. Äh, ja. Aber diesmal ist der Countdown zumindest nicht so weit. Aber diesmal ist der Countdown zumindest nicht so weit. Ja. Ja. Oh, sehr schön. Ein weiterer Generateur... Ja. Ja. Sie ist eben hier drin vorbeigekommen und hat sie schon kaputt gemacht, also wenn sie das nächste Mal vorbeikommt, hat sie wahrscheinlich wissen, dass sie ja da ist. Ja, mit mir die ganze Zeit. Oh, die Radiokeaz-Zelt hinterher. Ja, in den Tunnel. Also, da hättest du ein Speck in den Taschen. Jetzt kommt sie zu was. Hinter dir. Okay, dann geht es. Ach, ich will schon mal hängen, oder wie? Die kommt zu euch. Okay. Jetzt setzt sie, glaube ich, nicht. Nein. Wir rennen jetzt von hier um. Ja. Ja. Oh, ich darf hier in jeder... Dembel. Oh. 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 Ja. Du hast was gefunden. Nee, aber ich glaube, ich sehe gleich meinen Kopf explodieren. Das ist auch eine seltene. Das ist okay, ich hätte... Ich hätte gehofft, sie rennt einfach drauf vorbei. Hey, jetzt kriege ich auch so eine tolle Maske. Day. Ich würde ja sagen, High Five will zum Maskenteam, aber... Krüge sind wir schon knapp. Kann man stehen? Ach, du kannst dich ja... Stimmt ja, du kannst dich selbst treten. Okay, klar. Gehrettet. Hast du grad bei mir in der Nähe? Ja, ich bin bei dir in der Nils. Ich bin am Generator. Ach so. Ah, das Bühne. Ja, danke. Bitte. um ein zimpe die rente da hinten rum äh direkt beim Genom die geht nicht zum Generator der explodiert ist nein die trägt mich gerade zum Haken Achtung wer auch immer weiter vorbeiläuft sie rennt weg sie rennt nicht zum Generator hab ich schon mal gehangen ja stimmt ja ich erinnere mich jetzt kommt sie sie rennt hinter dir her jawohl das war mir schon fast ich bin mir recht so sicher heilung äh ne ich muss erst das nötig werden er darf erst besuchen ich häng gleich zum zweiten Mal ja ich häng grad zum zweiten Mal ja ich häng grad zum zweiten Mal ja hast du gerettet ja der random kommt sehr gut ok nochmal zwei ist auch ne Lüte überhin immerhin noch drei Stück wow ich rennt ja mal wieder völlig in den Arm ja ja ich häng mich auf hast du einen Schweinespeck gedacht dass du unbedingt zu natürlich sie rennt jetzt erstmal zu mir ausweichen sehr schlecht ich bin dann jetzt auch mal raus na sie ist einfach nur ne extrem gute Kunde ja sie verschenkt halt gerne Wasser mhm mhm das geht bald gut jetzt geht bald immerhin das Gute ist nachdem ich dauernd zu mehr besessen bin kriege ich meine tausende Gute jedes Mal bin ich stark das war ein großer Blut das war gut dass du das war des Machen ich werde mit wenn man hat die luke jetzt hier in der nähe super in die andere richtung zu rennen wenn es möglich ist ja es ist einfach weitergelaufen auch sehr lustig da eine Garten Generator ganz ließ noch nicht fertig und im Haus ist noch einer Ich glaub, die muss... Den habe ich schon gemacht im Aros. Da hinten drin. Also die Luke ist hinten beim... Klein... bei der Kleinhütte. In der Nähe vom gemachten Generator. Ja gut, jetzt rennt er wieder zurück, glaub ich. Er rennte gerade zu dir. So, mal schauen, was er macht. Ja, lieber mal bei der Luke geblieben. Ja. Der ist da. Ja, ich glaube, wir sind heute die Radiom-Retter. Naja, aber immerhin. Ja. 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 Vielen Dank.